Du musst dir merken, wenn du einen Knopf drückst, dann... Justin, du hast direkt meins getroffen. Heyo Leute und willkommen zu einer neuen Reihe hier auf unseren Kanälen. Ähm, ja, diese nennt sich FreaksLP vs. MindjustLP oder auch andersrum, ich weiß es nur nicht. Also, oder bei uns heißt es halt, oder bei Mindjust heißt es halt MindjustLP vs. FreaksLP, keine Ahnung. Ja, dabei ist der MindjustLP, ich bin gerade meine Kanone reingefallen. Ich auch. Fail. Du musst auch gerade wieder hoch, das ist mir jetzt schon zum vierten Mal passiert. Ja, aber noch nicht in den Aufnahmen. Ja, und als erstes haben wir hier die Map Super Pirate Battle Royale genommen, weil wir uns halt mal gedacht haben, wir können ja hier mal so eine Versus-Reihe machen. Ist ja auch eigentlich ganz lustig, finde ich. Und, ähm, dann würde ich mal sagen, wir starten dann, oder? Können wir tun. Ja, gut. Ähm, bei der Map geht es halt darum, dass wir hier, ähm, die ganzen... Das hier so auffüllen müssen und damit dann, ähm, den Gegner sprengen müssen mit dem TNT. Also, äh, zum Beispiel Justin muss meine Kanone sprengen und ich muss seine Kanonen sprengen. Wenn wir alle Kanonen, ähm, gesprengt haben, ähm, ja, dann... Ich habe eine weniger. Oh, fuck. Ich habe eine Kanone weniger. Ich glaube, das war es dann für mich schon die erste... Ich auch, ich habe auch schon eine Kanone weniger. Scheiße. Wir sind so in Händen. Wir sind solche Idioten, echt. Ich dachte gerade nur so, hä, wo fliegt das TNT? Hä? Äh, ich habe noch eine wenige. Bei mir geht das nicht. Loll, bei mir auch nicht. Loll. Kann sein, dass man den Rot zuerst drücken muss und dann den anderen? Nee. Hä? Ich verstehe das nicht. Hä, du musst als... Loll, warte mal nochmal, das Ganze. Hast du auch nur noch zwei Kanonen? Ja. Also, habe ich. Hä, aber das ist doch richtig. So, das Ding ist jetzt voll. Dann loaden wir das und loaden das. Dann geht's jetzt... Hä? Ich habe jetzt nur noch eine Kanone. Ich weiß jetzt gerade nicht. Puh. Hä? WTF? Hä? Okay, probieren wir jetzt noch die letzte Kanone und dann würde ich sagen... Ich probiere es jetzt nochmal noch einmal. Ja, ich habe jetzt auch nur noch eine Kanone. Hä? Das geht nicht. Muss man die Map vielleicht auf der 1.4.7 spielen? Ich weiß es nicht. Und die geht gar nicht mehr in der Version? Ich habe keine Ahnung. Aber eigentlich müsste das doch gehen. Weil TNT... Das ist ja eigentlich das gleiche Prinzip. Oder wir sollten mal die ganzen Plugins runterhauen, würde ich mal sagen. Ja, letztes Mal haben wir es auch mit Plugins gezockt. Nee, aber nicht mit World Guard und World Edit. Da hatten wir nur Sand Shits drauf. Wow! Ja, hu. Ah! Ich würde mal sagen, ähm... Ey, cool, wir bekommen gar keinen Schaden durch den TNT. Specially. Ich habe keine Kanone mehr. Jetzt müssen wir uns gegenseitig nur noch kicken. Das war es da ja schon fast wie die erste Runde. Justin... Jetzt müssen wir uns gegenseitig killen. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt dann nach einem kleinen Cut wieder, wenn hier dann alles mal richtig... Nee, komm, eine Runde machen wir jetzt zu Ende. Jetzt müssen wir uns auch noch killen. Okay. Und danach machen wir dann mal so einen kleinen Cut und probieren dann nochmal aus hier das irgendwie... Ich bin echt so gut. Dass wir das dann richtig mal machen. Ich weiß auch nicht, hä, was ist denn das, ey? Die machen ja so alles kaputt, ey. Komm, fick dich. Fick dich, fick dich, du... Ja, genau, jetzt auch meine Taktik-Clown, du... Alles Arsch, ey. Du alles Arsch. Nix. Nix mit Taktik-Clown hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, Luft-Clown. Scheiße. Ja, fuck. Okay, Justin hat die erste Runde gewonnen und dann würde ich sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder, wenn das hier dann weitergeht. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, da sind wir wieder zurück bei der nächsten Runde und wir haben gerade vorher nochmal getestet. Wir haben jetzt alle Plugins einfach runtergeschmissen von unserem Server und jetzt geht's anscheinend. Keine Ahnung, welches Plugin das verursacht hat. Ist ja auch ziemlich egal. Dann nehmen wir jetzt mal hier, ich bin noch im Creative Mode, fällt mir auf. Ich nicht. Ich muss noch einmal kurz ein Creative ausmachen und ich habe jetzt nichts zu essen, ist ja auch egal. Gut. Und, ähm, ich gebe mir einmal kurz was zu essen. So, einmal Steak hier. So, Game of Null. What the fuck? Ist schon was kaputt? Ja, aber nicht meine Kanone. Schade. Ah, da kam er von dem Justin hier gleich wieder was rübergeflogen. So, jetzt machen wir ihm mal seine Kanone hier im Arsch, äh. In Barsch. So, zack, zack. Da ist noch mehr kaputt bei dir? Ich hab's gehört. Und es hat Boom gemacht. Ja, da hat's Boom gemacht. WTF? Wieso hat das jetzt nicht gezündet? Ah, ganz knapp vor deiner Kanone, du, äh, hochgegangen. Oh, warte, das machen wir lieber nicht, hier so. Wieso hat das denn jetzt nicht gezündet? Lol, wieso zündet denn das jetzt nicht? Lol, bei mir zündet die eine Kanone einfach nicht. Hä? Warte, oh, hier fehlt eine Whetstone-Spur. Warte mal. Hast du da was kaputtgeschlagen? Ja, ich glaub schon. Ich pack's mal eben kurz da wieder hin, so. Mann, lol, ey. So. Und jetzt gibt's hier richtiges fettes Bum-Bum. In der Luft explodiert. Da hab ich... Du hast mein Sound kaputt gemacht. Ja, hab ich gesehen, ey. Oh, ey. Hast einfach mal mein Sound kaputt gemacht, Junge. Lol, die hier ist auch voll... schon im Arsch, ey. Ja, die eine Seite da, ne? Ja, aber die Kanone funktioniert noch. Hab ich was... Und da, guck mal, ich hab bei deiner Kanone getroffen. Bei welcher? Die daneben. Die funktioniert, ähm... Der Knopf ist weg. Doch, ich hab'n Knopf noch. Die funktioniert noch. Brauchst du jetzt eiskalt wieder hin? Ja. Ist ja nicht verboten, wa? Keine Ahnung, ich, äh, kenne die Regeln, um ehrlich zu sein, nicht auswendig. Ich glaube, es gibt keine Regeln hierfür. So. Noch ziemlich rain. Jetzt mach' ich nämlich... Den... So. Oh. Hast du den Schuss von mir gesehen? Okay, die fliegt nicht mehr so vernünftig. Du hast den Schuss von meiner gesingen. Ja, die ist auch ins Wasser gefallen, oder? Ja, die ist dann mit 10 Blöcken geflogen und dann ins Wasser. Ja, das ist... Die, äh, ging schon weiter, aber die war viel zu hoch. Hast du den bei dir explodieren lassen, oder was? Nein. Scheiße. Oh, toll, jetzt darf ich abbauen. Ach, du bist da runtergefallen. Hochkommen, ey. Fick mal. Was ist denn passiert? Genau, hinter dir ist was explodiert. Boah. Justin, ey. Ich hätte noch ein Stück weiter schießen müssen, dann hätte ich dich schon gekillt. Dann war das ja die zweite Runde für mich. Nee, Quatsch. Guck mal, geschenkt für dich. Ja, und? Alter, ey, das ist doch... Die kommen mal gar nicht bei den Schiffen an, kann das sein? Nö. Bei mir zumindest deine nicht. Nee, meine ich ja. Die fliegen zu hoch. Ich glaube, da muss ich mal weniger nehmen, warte mal. Ah. Nö, mal weniger TNT, würde ich sagen. Nehmen wir mal so. Alter, ich hab grad irgendwie vollen Frame-Anbruch. So, jetzt geht's wieder. So, jetzt treff ich dich hoffentlich. Komm, fuck. Hab ich getroffen? Nee. Fast aber. Wir haben beide nicht getroffen. War das dicht? Dann nehmen wir mal einen mehr auf beiden Seiten. So. Dann machen wir hier nochmal einmal und zack, zack. Fuck. Der war ja mal voll im Fail. Achso, ich hab grad gedacht, ich hätte... Wieso, wo hat denn der hingetroffen? Der hat irgendwie zehn Blöcke von deinem Schiff entfernt gemacht. Da ist er schon hochgegangen. Du hast ein bisschen zu spät gedrückt. Ja, komm. Okay, der war genauso dämlich. Hat der was getroffen? Nee, oder? Der war bei dir. Nee, der war bei dir. Nee, bei mir ist nichts... Oh. Ich hab den nächsten Stack hinter dir alle. Ich hab jetzt schon zwei... Oh, zwei Stacks verbaut. Das Lustigste ist, ich noch nicht mal. Aber mir wird automatisch nachgefüllt, weil ich Inf-Tweaks drin hab. Ja, ich hab immer nur einen Stack rausgenommen, deswegen. So, nee, ich hab einen zweiten Stack. Bam! Da hab ich bei dir die Leiter komplett zerstört. Und die Kanone auch. Boah, der war knapp. Um sich ehrlich zugeben, der war knapp. Hä, welche Kon... Hä, hier ist keine Kanone kaputt. Die, die ich davor schon mal getroffen hab. Guck mal, da wo die Leiter war. Da ist jetzt gar nichts mehr von der Leiter übrig. Ups. Scheiß. Und da ist jetzt gar nichts mehr von der Leiter übrig. Oh, da hab ich, glaub ich, schon wieder was von dir kaputt gemacht. Nö, glaub ich nicht. Doch, ich glaub... Obwohl geht der... Scheiße. Scheiße. Fuck. Ich muss ja erst mal wieder hoch, ey. So, ich glaub die... Ich weiß nicht, ob die noch geht. Keine Ahnung. Ich probier gleich mal. Ich weiß auch nicht, ob die noch geht. Ich frag mich, warum ich bei dir irgendwie in der... die ganze Zeit nicht treffe. Du musst, äh, gucken, wann du, ähm, den roten Knopf drückst. Au, hab ich getroffen. Hab ich eine Kanone kaputt gemacht? Nee, glaub nicht. Ach, schade. Oder, warte, warte, warte. Nee. Du hast ganz genau zwischen den beiden Kanonen getroffen. Nein, 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 fuck. Was denn? Hast du eine Kanone weniger? Oh, und da hab ich die zweite Runde auch schon gewonnen. Das ist auch immer schön zu sehen. Da hab ich die zweite Runde auch gewonnen. Guck dir mal, der... Komm mal rüber zu mir, bitte. Komm mal rüber geflogen. Das hab ich grad mit einem TNT ausgelöst. Hattest du irgendwie... Ja, ich hab... Warte. Hast du einen beiden Kanonen TNT oder was? Nein, nur in einer. Pass auf, warte. Ich zeig dir mal, wie ich das gemacht hab. Hattest du die voll? Nein, ja, die hier hatte ich voll. Pass auf. Guck, ich hab das so gemacht. Ich hab die voll geladen, so. Hab dann so gedrückt. Wollte hier noch einen reinmachen, hab hier auch noch einen hingemacht. Hab so gedrückt. Und dann... Ist der passiert. Ja, da war es die zweite Runde, die ich gewonnen habe. Ach, scheiße, ey. Gut. Also, äh, fürs Ende bin ich schon der Gewinner. Weil wir drei Runden machen. Ja, stimmt, eigentlich. Aber wir machen noch... Aber eine können wir noch zocken. Komm, eine machen wir noch. Wir machen noch eine hier, so. Drei Runden machen wir dann immer und dann passt das. Ich würd mal sagen, das können wir jetzt hier mal live in der Aufnahme machen. Einfach die nochmal neu draufladen. Ja, wieder Hersteller-Backup. Ne, wir bauen jetzt alles eiskalt per Hand wieder auf, ne? Ja, machen wir auch, ey. Ich bau das jetzt hier eiskalt per Hand wieder auf. Das machen wir aber, wenn wir die Aufnahme gestorben haben, dann bauen wir alles mit der Hand wieder auf und dann machen wir weiter. Ja, klar, meinst du denn? Ja, und der Pro-Nitrado-Server brauchen wir mal wieder, weiß ich nicht, wie lange zum Neustellen. Ja, wie immer, ne? Mhm. So muss das sein? Obwohl, er sollte jetzt wieder an sein. So. Ähm, ja, passt doch. So, gut, dann können wir ja schon anfangen, hier gleich, kommst du drauf, so, gleich hier wieder das nächste Spiel zu spielen, dann geht das nämlich jetzt hier los. So, bereit für die nächste Runde. Ja. Okay, gut. Scheiße. Fast getroffen, ey. Aua. Oh, da hab ich schon was getroffen. Die Leiter hab ich aber nur kaputt gemacht, leider. Fuck, fuck, fuck. Ach, Glück, ey. Was denn? Wenn ich jetzt gedrückt hätte, hätte ich's fast kaputt gekriegt, ey. Schon wieder? Mhm. Du musst dir merken, wenn du einen Knopf drückst, dann... Ah! Da hab ich alle drehen. Justin, du hast direkt meins getroffen. Lol. Du hast direkt in mein Gesicht getroffen, du Spank. Du musst zugeben, der Schiff ist ja geil. Ja, der Schiff ist echt geil. Ja, toll. Da hab ich mal wieder gar keine Runde gewonnen. Justin mal wieder. Da hab ich alle drei gewonnen. Alle drei gewonnen. Aber dann sind wir uns bei der nächsten Battle-Karte, wenn's wieder heißt, äh, Freaks-IP versus mein Just-IP oder andersrum. Oh, die letzte Runde war... Ich hab's voll in mein Face. Ja, und dann, ähm... Ich schieß einmal, ey, das haben wir auch noch nicht geschafft. Auch im, äh, wir haben die Map ja schon mal gezockt, da haben wir's auch nicht geschafft. Einen direkt, äh, zu killen. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge, bei der nächsten Battle-Map. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. So, tschau, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.